Wie wäre es, wenn du dir ein Einkommen generieren könntest, für das du nicht mehr morgens aufstehen und zur Arbeit gehen musst? Wie würde sich das anfühlen? Wie wäre es, wenn du Geld verdienen könntest, auch wenn du irgendwo im Urlaub ganz gemütlich in der Sonne mit einem Cocktail in der Hand liegst oder auch einfach nur gemütlich morgens zu Hause ausschläfst? Ja, und wenn du dafür auch noch wenig Startkapital brauchst, gar kein Vorwissen und ein kleines bisschen Zeit, um dir jetzt ein wenig Grund- und Basiswissen dafür anzueignen, wie wäre das für dich, wenn du dann jeden Monat Geld auf dem Konto hättest, für das du nicht mehr arbeiten musst? Da wäre für dich sicherlich ein Immobilieninvestment das Richtige. Und im Übrigen, die Menschen, die finanziell frei sind, haben fast alle Immobilienvermögen, das für sie arbeitet und für das sie nicht mehr jeden Morgen aufstehen müssen. Ja, und damit auch du damit schnell starten kannst, habe ich meinen Videokurs Immobilienkauf entwickelt. Da gehen wir von A bis Z jeden Schritt durch, bis du deine Immobilie gekauft hast. Wir fangen an bei, was ist überhaupt die richtige Immobilie für dich, wo findest du sie, wir schauen uns an, welche Unterlagen wir dann zu der Immobilie prüfen sollten und auf was wir bei der Besichtigung achten, bis hin zum Kaufvertrag beim Notar und allem, was danach bei der Übergabe und den Zahlungsabwicklungen passiert. Du bist also in der Lage, einfach Schritt für Schritt alles mitzumachen und direkt dein erstes Immobilieninvestment mit passivem Einkommen zu generieren. Alles, was du dafür machen musst, ist unter diesem Video auf den Button zu klicken und wir sehen uns dann im Videokurs, in den Videos wieder. Du kannst sie anschauen, so oft du möchtest. Und natürlich halte ich diese Videos auch immer aktuell. Also ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen und auch du bald Geld im Schlaf verdienen kannst. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020